Herzlich Willkommen im Atelier Georg-Louis von Bogen. Antiquitäten, Kunst und Design aus Greiz im schönen Vogtland. Dies ist ein Produktvideo für einen ebay-Artikel. Was haben wir hier? Wir haben ein metallernes Gerät, was aussieht wie eine Zange oder ein Greifer. Das ist es auch. Man greift damit etwas. Hier hinten in dem Scharnier ist eine Feder, die dafür sorgt, dass das Gerät nach dem Zusammendrücken wieder aufgeht. Es ist ganz profan ein Spargelheber oder ein Spargelgreifer. Passend dazu finden Sie auch in meinem ebay-Shop diese Spargelplatte von der Firma Max Rössler und wie gesagt auch diesen Spargelheber in einem separaten Angebot. Der Spargelheber ist von der Firma BMF. Er ist im historischen Stil gearbeitet. Im Rokoko-Stil oder Barockstil. Das erkennt man an diesen Rokalien. Er ist aber aus der Zeit um 1900. Also man hat sich schon um 1900 gerne diesen historischen Stilen bedient. Sie finden diese Objekte in meinem ebay-Shop antiquitäten-kunst-design. Den Link zum ebay-Shop und zu den Artikeln setze ich mit in die Beschreibung zum Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.